Herzlich willkommen zu Freiwaffen Reviews Deutschland. Heute geht es um das Thema, kann man eine scharfe 9mm Patrone in eine 9mm Schreckschusspistole laden und damit schießen. Das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, ein paar Sätze vorweg. Also grundsätzlich funktioniert das natürlich nicht, deswegen ist es ja eine 9mm Schreckschusspistole und keine scharfe 9mm Pistole. Allerdings geht dieses Video natürlich auch in Teilen darum, was müsste man denn an einer Schreckschusspistole umbauen, damit das funktionieren würde. Oder anders gesagt, warum kann man diese Sachen nicht umbauen, dass es eben nämlich nicht funktionieren wird. Vorneweg, ich werde hier natürlich nicht mit einer scharfen 9mm Patrone in einer Schreckschusspistole rumhantieren. Das wäre nicht nur verboten, sondern auch sehr, sehr, sehr gefährlich. Das heißt, ich habe hier ganz bewusst eine Dummy-Patrone. Eine normale Dummy-Patrone sieht ja, sag ich mal, so aus. Das heißt, die hat ein scharfes Zündtütchen, ein nicht abgeschlagenes Zündtütchen. Hier seitlich ein Loch reingebohrt, wurde delaboriert und dadurch hat halt keine Treibbladung mehr drin und hier die Entlastungsbohrung. Damit wäre das jetzt schon eine frei verkäufliche Patrone in Deutschland. Das werde ich trotzdem nicht machen, weil das Zündtütchen noch intakt ist. Und eigentlich dürfte da nicht mehr viel passieren, wenn nur das Zündtütchen im schlimmsten Falle von der Schreckschusswaffe beim Hantieren ausgelöst wird. Ist mir allerdings trotzdem noch zu gefährlich. Deswegen habe ich mich für diese Patrone entschieden. Und zwar ist das praktisch eine abgeschossene und wieder zusammengesetzte Patrone. Das heißt, wir haben hier ein abgeschlagenes Zündtütchen. Wir haben hier eine leere Patronenhülse ohne Treibladung und ohne intaktes Zündtütchen. Und wir haben hier ein verschossenes 9mm Geschoss, was ich hier einfach vorne wieder in die Patronenhülse reingesteckt habe. Das Ding ist natürlich in Deutschland so frei verkäuflich. Und das ist auch das Einzige, womit ich mir jetzt hier wirklich guten Gewissens in und an der Schreckschusspistole hantieren kann. Weil hier mit diesem Ding kann nun wirklich absolut gar nichts passieren. Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Nehmen wir einfach mal eine normale Schreckschussplatzpatrone. Also diese Patronen, die man mit diesen Schreckschusswaffen normalerweise verschießt. Und halten sie gegen eine scharfe 9mm Patrone. Man sieht schon, da ist ein deutlicher Unterschied. Tatsächlich hat die Platzpatrone ja logischerweise kein Geschoss. Dadurch ist sie jetzt auch ein bisschen kürzer. Die Hülse selber, also die Kartusche selber, die Platzpatrone, ist allerdings tatsächlich länger als die Hülse der Scharfen. Also ist so ein Zwischending. Das ist schon mal das Erste. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum ersten Problem. Ich habe jetzt hier mal exemplarisch eine Soraki 918. Wir können das allerdings auch mit jeder anderen 9mm Schreckschusspistole machen. Weil die ja alle gleich aufgebaut sind. Und natürlich, was den Patronenweg angeht, auch immer die gleichen Maße haben logischerweise. Nutzen ja das gleiche Kaliber. Aber nehmen wir das Magazin raus. Und da fällt auch schon das Erste auf. Eine Platzpatrone passt in das Magazin natürlich super rein. So soll es ja auch sein. So. Und so sitzt die dann drin. Das passt auch. Wenn wir jetzt die scharfe Patrone in das Schreckschussmagazin machen wollen. Die passt hier natürlich rein. Klar. Ungefähr dasselbe Kaliber. Allerdings sieht man schon, dass die hier vorne übersteht. Das heißt, die Patrone ist jetzt schon länger als das Magazin lang ist. Und das heißt, das ist natürlich schon ein Problem. Die erste Patrone bekommt man hier rein. Die zweite Patrone, ebenfalls so eine abgeschossene Dekopatrone, würde man jetzt schon nicht mehr reinbekommen. Weil jetzt halt schon die erste Patrone hier blockiert. Das ist natürlich das Problem. Das heißt, wir würden die scharfe Patrone, zumindest mehr als eine, schon mal nicht ins Magazin bekommen. So. Und jetzt nehmen wir mal an. Und der Satz, jetzt nehmen wir mal an, wird euch in diesem Video noch ein paar Mal begegnen. Weil ich werde das Ganze jetzt natürlich bis zum Ende einmal durcharbeiten. Es würden hier mehrere Patronen ins Magazin passen. Oder man will auch nur eine Patronen ins Magazin packen und die verschießen. Was ja funktioniert noch. Dann wollen wir das Magazin in die Waffe einführen. Das klappt nicht, weil natürlich der Magazinschacht auch nur so tief ist, wie das Magazin tief ist. Ist ja logisch. Das ist natürlich, sowohl das Magazin ist tiefer bei den scharfen Waffen und natürlich ist auch der Magazinschacht tiefer bei den scharfen Waffen. Das heißt, der geht nicht nur bis hier, sondern dann zum Beispiel bis hier. Und das heißt, wir bekommen dieses Magazin mit der 9mm Patrone schon von Anfang an nicht ins Magazin gesteckt. Das passt einfach nicht rein. So, jetzt haben wir ja gesehen, die Patronen passen weder ins Magazin, noch würde man das Magazin dann noch in den Magazinschacht bekommen. Aber was wäre, wenn das doch funktionieren würde? Und das können wir jetzt sehr gut simulieren, indem wir einmal den Verschluss nach hinten legen. Verschlussfanghebel drücken. Das funktioniert auch bei jeder Schreckschusswaffe gleich. Und jetzt haben wir hier oben praktisch das Magazin und hier das Patronenlager bei der Schreckschusswaffe. Und jetzt muss ich mal mit ein bisschen Geschick die Patrone von hier oben wieder ins Magazin laden. Das funktioniert nämlich theoretisch. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich die Patrone von oben ins Magazin geladen, was natürlich völliger Quatsch ist. Und jetzt haben wir theoretisch die scharfe Patrone in der Schreckschusspistole. So, als nächster Schritt würde jetzt das Zuführen über die Zuführrampe ins Patronenlager folgen. Dazu muss ich jetzt tatsächlich wieder sagen, das würde wieder funktionieren, weil das funktioniert genauso bei der Schreckschusswaffe, bei der scharfen Waffe. Der Verschluss greift hier hinten hinter den Patronenboden und würde diese scharfe Patrone dann auch ins Patronenlager einführen. Das mache ich jetzt allerdings nur sehr langsam und kontrolliert. Warum, erzähle ich euch gleich. So, und da haben wir jetzt nämlich das nächste Problem. Das heißt, das Zuführen grundsätzlich vom Verschluss her und über die Zuführrampe funktioniert wieder einwandfrei. Das funktioniert genauso bei der scharfen Waffe, bei der Schreckschusspistole. Das wäre also kein Problem. Aber wir sehen jetzt schon, der Verschluss schließt nicht richtig. Ach so, das zeige ich euch jetzt. Jetzt werde ich den Verschluss nämlich wieder zurückziehen. Ich muss mal gucken, dass die Ausziehkralle nicht in den Hülsenrand gerutscht ist. So, und jetzt sehen wir das. Die Patrone geht hier nur zur Hälfte rein. Warum ist das so? Als erstes natürlich ganz klar, wie ich ja gerade schon gezeigt habe, die scharfe Patrone ist deutlich länger als die Platzpatrone. Das Patronenlager endet hier irgendwo, wahrscheinlich schon irgendwo hier. Und die Platzpatrone passt da ganz rein, die scharfe Patrone aber nicht. Das ist der erste Punkt, weswegen das Ding hier einfach nicht ganz reingeht, der Verschluss nicht ganz schließen kann. Und die ganze Geschichte damit natürlich auch nicht vernünftig funktionieren würde. Aber jetzt nehmen wir die Patronen nochmal raus. Und jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz entscheidenden Punkt, den die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht wussten. Und zwar, das Kaliber 9mm PAK, Pistole, Automatik, Knallplatzpatron für Schreckschusswaffen, und das Kaliber 9x19, das bekannte scharfe 9mm Kaliber, haben einen unterschiedlichen Kaliberdurchmesser. Klingt erstmal komisch, 9mm, 9mm. Was es damit auf sich hat, zeige ich euch. Und zwar ist es ja so, dass bei scharfen Waffen logischerweise immer der Geschossdurchmesser die Kaliberangabe ist. Das heißt, dieses Geschoss hat 9mm Durchmesser. Bei den Platzpatronen ist es so, es gibt ja kein Geschoss, das heißt, wir haben hier nur die Kartusche, die Platzpatrone, und die hat dann auch 9mm im Durchmesser. So, allerdings steckt dieses Geschoss ja in der Patronenhülse drin. Das heißt, die Patronenhülse, die hat einen Rand von vielleicht einem halben Millimeter links und rechts, und da stecken wir jetzt nur ein Millimetergeschoss rein. Das heißt, die Patronenhülse hat einen Innendurchmesser von 9mm, das Geschoss hat einen Außendurchmesser von 9mm, passt da deswegen rein. Aber die Hülse hat einen Außendurchmesser von 10mm, ungefähr. Ich habe es jetzt nicht genau nachgemessen. Das heißt, diese Hülse hat 10mm, und diese Hülse oder Kartusche hat nur 9mm. Und ich versuche das Ganze jetzt hier mal einzufangen. Also, jetzt liegen die Patronen auf der Unterseite, ungefähr auf einem Level, wo man sieht tatsächlich jetzt sehr gut an der Oberseite, dass die linke, die scharfe Hülse, dicker ist, einen höheren Durchmesser hat als die Platzpatrone. Und das ist auch der Grund, warum das nicht mal ins Patronenlager passen wird. Und ich drehe das jetzt nochmal ganz blöd. Ich nehme jetzt mal nämlich nur die Patronenhülse, die leere, und versuche die hier in das Schreckschusspatronenlager zu schieben. Und selbst da sieht man, die passt einfach nicht rein. Ich drücke, wie ich will. Scheiße, jetzt bekomme ich die hier kaum noch raus. Ich habe die jetzt hier richtig reingedrückt, und sie passt nicht ins Patronenlager, weil diese Patrone eben 10mm Durchmesser hat und nicht 9mm. Ja, weiter geht's. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir jetzt das Patronenlager ein bisschen aufbohren würden mit einem Bohrer oder sonst was, und das dann diese 10mm Durchmesser hätte ungefähr, sodass diese Patrone hier reinpassen würde? Dann wäre das Patronenlager immer noch zu kurz. Die Laufsperre hier würde schon zu früh anfangen, weil, wie wir ja gesehen haben, die scharfe Patrone ist länger als die Platzpatrone. Aber was wäre, wenn wir das Patronenlager jetzt auch noch länger bohren würden, sodass dieses Ding hier komplett reinpasst? Dann wäre diese scharfe Patrone so ein Patronenlager. Und was würde dann als nächstes passieren? Wir könnten den Verschluss wieder verriegeln, und tatsächlich wäre die scharfe Patrone dann hier drin, und dann würden wir schießen. Das würde tatsächlich wieder funktionieren. Das ist das gleiche wie bei dem Zuführen. Der Zündmechanismus, das Anschlagen des Zündhütchen funktioniert bei der Schreckschusswaffe genauso wie bei der scharfen Waffe. Das heißt, wir könnten dann die scharfe Patrone verschießen grundsätzlich erstmal. Die würde zünden und würde abgefeuert werden. Weil, wie gesagt, der Schlagbolzen ist auch hier in der Mitte, es sind Zentralfeuerpatronen beides. Das ist genau gleich. Das heißt, wir würden die Patrone dann tatsächlich auslösen. Ja, was dann passieren würde, das möchten wir uns natürlich nicht ausmalen. Diese Schreckschusswaffen haben den kompletten Lauf über eine Laufsperre drin, bis ganz nach vorne. Das sieht man ja auch immer sehr gut. Das heißt, es würde wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes die gesamte Schreckschusspistole explodieren, wenn die Geschossenergie des scharfen Projektils sich in die Laufsperre reinfalten würde. Also unvorstellbar lebensgefährlich für den Schützen. So, ich habe die Schreckschusswaffe jetzt mal zerlegt, um das Ganze weiter zu spinnen. Denn es sind bei den modernen Schreckschusspistolen immer Schwächungsfräsungen im Patronenlager, die auch teilweise bis in den Lauf reingehen. Wir sehen es hier. Hier ist halt tatsächlich ganz klar so eine Einfräsung zu erkennen. Das ist eine Schwächung des Patronenlagers, damit die die Belastung einer scharfen Patronen im Zweifelsfall nicht aushalten würde. Auf der anderen Seite ist das genauso. Hier haben wir die eine Schwächung und natürlich ist dieses ganze Gasrohr, jetzt ist ja kein Lauf bei einer Schreckschusspistole, hier mit einer sehr filigranen Konstruktion auch auf dem Griffstück befestigt. Also nicht massiv hier drauf gesetzt, sodass sich das im Zweifelsfall auch alles zerlegen würde. Weiterhin ist es bei allen modernen Schreckschusspistolen so, dass die Laufsperre im Inneren aus einem härteren Material ist als das Gasrohr selber. Das heißt, dieser Außenlauf, was wir hier sehen, ist aus Zinkdruckguss, sehr instabil, sehr spröde. Die innere Laufsperre allerdings, die ja bis hier hinten ans Patronenlager durchgeht durch den ganzen Lauf, die ist aus Stahl. Das heißt, die Laufsperre selber ist total stabil und der Lauf selber ist total instabil. Das ist natürlich ganz klar, was man damit bezwecken will, nämlich, dass man diese Laufsperre nicht ausbohrt oder wenn man diese Laufsperre jetzt mit einem langen Bohrer komplett durchbohren, wegfräsen würde, dann würde von dem Lauf kaum noch was übrig bleiben. Der wäre sehr instabil. Beispiel, was wäre, wenn wir die Laufsperre jetzt, wenn die einfach weg wäre, wie auch immer, und man dann das Ding verschießen würde, weil man das bis dahin hinbekommen hat, dann würde tatsächlich ebenfalls einem die ganze Schreckschusswaffe um die Ohren fliegen, weil, wie gesagt, wir haben dann nur noch einen sehr dünnen Zinkdruckguss-Außenlauf, selbst wenn der dann 9mm Innendurchmesser hätte, würde durch den Gasdruck, durch die Belastung der scharfen Patrone, dieser Lauf dann einfach im wahrsten Sinne des Wortes explodieren. Das ist kein Witz. Der Lauf würde hier wahrscheinlich in alle Richtungen zerbersten. So, aller allerhöchst wahrscheinlich schon beim ersten Schuss. Also das würde dieser Zinkdruckgusslauf nicht lange mitmachen und es gibt meines Wissens auch kaum oder keine Schreckschusspistolen mit einem Lauf, der komplett aus Stahl ist oder wenn doch, dann eher ältere Modelle. Also, wie gesagt, keine gute Idee. Nur ganz nebenbei, wir hätten dann natürlich, wenn wir das Ausbauen erstmal nur einen glatten Zinkdruckgusslauf, abgesehen davon, dass der sofort zerbersten würde, hätten wir dann auch einen glatten Lauf. Moderne Waffen haben ja Felder und Züge im Lauf, das heißt, wir haben ja sozusagen Einfräsungen, die so eine Spirale gehen nach innen, dass das Geschoss dadurch angedreht wird. Das sehen wir übrigens hier sehr schön an unserem verschossenen Geschoss, weil hier sehen wir schön die Spuren der Felder und Züge auf das Geschoss. Das sind nämlich diese Felder und Züge im scharfen Waffenlauf, die da diese Patronen so ein bisschen anmacken. Das wäre jetzt nicht so schlimm, eine Waffe ist damit immer noch absolut tödlich, nur die Präzision würde halt sehr, sehr stark darunter leiden, wenn man jetzt eine 9mm-Patrone durch den glatten Lauf verschießt. Das ist alles, aber wie gesagt, so weit würde es ja gar nicht kommen. Eine Sache, die ganz klar unterschiedlich ist zwischen der Schreckschuss- und der scharfen Waffe, bei einer Schreckschusswaffe ist Lauf- und Patronenlager immer mit dem Griffstück fest verbunden. Eine normale Waffe zerlegt man meistens nicht so, die sieht nicht so aus, wenn man den Verschluss abmacht, sondern bei einer normalen Waffe ist Lauf- und Patronenlager ein loses Teil. Das liegt praktisch im Verschluss drin, wird zwischen Verschluss und Griffstück gehalten und das ist auch austauschbar dann natürlich, das Rohr mit dem Patronenlager dran und der Zuführrampe. Hier ist es wie gesagt immer befestigt, sodass man das halt nicht irgendwie austauschen kann, wie bei der scharfen Waffe auch durch ein scharfes Rohr. Das ist halt auch der Hintergrund, dass es immer der Gaslauf und das Griffstück miteinander verbunden sind. Das ist bei allen Schreckschusswaffen eigentlich so und auch immer die Vorgabe der PTB. Was wäre, wenn wir diesen kompletten Lauf aus irgendwelchen Gründen es geschafft hätten, den durch einen scharfen 9mm Lauf oder einen Lauf aus Stahl mit Stahlpatronenlager zu ersetzen und das irgendwie geschafft hätten, die Patrone da reinzuladen und die Patrone abfeuern würden? Und jetzt sagen wir, wir verschießen diese scharfe Patrone mit einem neuen stabilen Stahllauf und der Lauf würde nicht sofort in alle Richtungen explodieren, dann wäre das nicht weniger gefährlich, das zu schießen, weil wir haben ja immer noch den Verschluss. So, das würde wahrscheinlich auch erstmal grundsätzlich funktionieren, das System. Das heißt, der Verschluss würde dann nach hinten geschleudert werden und wahrscheinlich sogar dann die leere Patronenhülse auswerfen und das Geschoss würde dann vorne aus dem Lauf kommen, wenn man das alles ersetzt hätte, sage ich mal. Was allerdings noch bleibt, ist der Verschluss, der weiterhin von einer Schreckschusspistole ist. Wie gesagt, der hat die gleiche Funktion wie bei einer scharfen Waffe, der würde so auch funktionieren, rein technisch gesehen, von der Belastung her würde er aber nicht funktionieren. Wie die meisten ja von euch wissen, ist bei einer Schreckschusspistole ja fast nichts aus Stahl und die meisten Teile sind, wenn sie nicht gerade aus Polymer sind, wie bei diesen modernen Polymerpistolen, sind die meisten Teile eben aus Zinkdruckers und nicht aus Stahl und das gilt auch für den Verschluss. Also Schreckschusspistolen, die einen Verschluss aus Stahl haben, kann man tatsächlich an einer Hand abzählen und im Kaliber 9mm kann man die sogar an einer halben Hand abzählen. Tatsächlich sind mir nämlich nur zwei Waffen bekannt und zwar die Walther PK380 und die Walther P99SV. Beide von Umarex gefertigt. Das sind die einzigen beiden moderneren, mir bekannten Schreckschusspistolen, die den kompletten Verschluss aus Stahl haben. Da wäre das Problem vielleicht nicht so gegeben, aber alle anderen der über 1000 verschiedenen Schreckschussmodelle, von denen ja ein Großteil Pistolen sind und ein kleinerer Teil Revolver, also ich sage vielleicht mal 600-700 Schreckschusspistolen, die es auf dem Markt gibt, haben alle den Verschluss aus Zinkdruckguss. Und das Problem ist, Zinkdruckguss ist nicht so stabil und spröde und reißt sehr gerne und wenn er reißt, dann auch gerne richtig. Ihr kennt vielleicht die Thematik, ich habe mal darüber gesprochen, bei der Walther P22, sehr schmaler Verschluss, sehr filigran gebaut. Selbst bei den 9mm Platzpatronen reißt der Verschluss da gerne und das ist halt wirklich gefährlich auch. Wenn man jetzt eine scharfe Patrone mit so einem Zinkdruckgussverschluss verschießen würde, hätte das katastrophale Folgen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Verschluss beim ersten Schuss schon in 1000 Teile zerreißt, genauso wie der Lauf und wahrscheinlich auch der Rest der Schreckschusswaffe, aber das nur am Rande. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Verschluss beim ersten Schuss schon reißt, ist sehr, sehr, sehr hoch. Ich würde sagen, bis bei 90, 95 Prozent, meine reine Spekulation. Und das hätte zur Folge, dass der Verschluss mit viel zu viel Energie nach hinten geschleudert wird und spätestens, wenn er hinten an den Anschlag auftrifft, so eine Energie auf den Verschluss wirkt, weil der immer noch weiter nach hinten geschoben werden möchte, dass er dann in dem Moment reißen würde. So, und das könnte jetzt, kann man sich sehr gut vorstellen, man schießt die Waffe jetzt so, der Verschluss würde bei diesem Schreckschusspistolmodell jetzt wahrscheinlich hier und hier reißen, weil das hier die filigransten Stellen sind, sag ich mal. Selbst hier ist es noch ein bisschen höher und hier ist dann die schmalste Stelle vom Verschluss, wahrscheinlich sogar auf der Seite, weil hier noch die Einkerbung für den Verschlussfanghebel drin ist. Kommt auf, ist von bei Modell zu Modell unterschiedlich, ist aber auch komplett irrelevant, weil der Verschluss würde irgendwo reißen, vielleicht hier, vielleicht auch hier vorne und dann würde einem dieser Verschluss im wahrsten Sinne des Wortes in der Stirn stecken. Wir zielen somit der Pistole, schießen, der Verschluss reißt nach hinten ab und den Rest kann man sich selber denken. Das heißt, es wäre wirklich lebensgefährlich, diese Waffe dann abzufeuern, selbst wenn man den Lauf ersetzt hätte, weil wahrscheinlich der Verschluss reißen würde und wenn man ja durch die Waffe, durch Kimme und Korn dann zielt, der Verschluss einem wirklich ins Gesicht fliegen würde und zwar allerhöchstwahrscheinlich nicht allzu langsam. Da können wir ja mal die Joule ausrechnen, mit der in einem der abgerissene Verschluss dann ins Gesicht fliegt. Noch mal ein Funfact am Rande, wir haben ja gerade festgestellt, dass die 9mm Platzpatronen, die 9mm scharfen Patronen nicht den gleichen Hülsendurchmesser haben, auch nicht die gleiche Länge haben, das heißt nicht miteinander kompatibel sind. Man kann also die Scharfenpatronen natürlich nicht mit der Schreckschusswaffe verschießen und umgekehrt kann man auch die 9mm Platzpatronen nicht mit einer scharfen 9mm Pistole verschießen. Da spricht rechtlich nicht viel gegen, allerdings ist es natürlich aus den genannten Gründen, dass es in die andere Richtung nicht funktionieren darf, auch in diese Richtung nicht möglich. Ironischerweise würde diese Platzpatronen deutlich besser ins Patronenlager passen als andersrum. Hätte da natürlich ein bisschen Spiel drin, weil die jetzt halt so einen Millimeter vielleicht zu dünn wäre, aber auch wenn sie noch ein bisschen im scharfen Patronenlager rumschlackern würde, würde sie ja trotzdem weit genug in der Mitte gehalten werden, als das dieser, der Schlagbolzen, die auch zünden könnte. Wie gesagt, könnte, denn da gibt es wiederum ein anderes Problem, und zwar ist tatsächlich nicht nur die scharfe Patrone zu lang für das Schreckschusspatronenlager, sondern die Platzpatrone ist auch zu lang für das scharfe Patronenlager. Wie kann das denn sein, fragt man sich. Es ist ganz einfach. Das scharfe Patronenlager endet sehr früh, nämlich an dieser Stelle schon, wo nämlich genau dieser Cut zwischen Hülse und Patrone ist, und die Patrone ragt dann ja schon in den Lauf rein. Fertig. Das heißt, das scharfe Patronenlager ist tatsächlich nur genau so lang, bis zu dieser Kante, und diese vordere Kante ist auch das, was die Patrone im scharfen Patronenlager dann blockiert, dass sie genau auf der richtigen Höhe hängt, und der Verschluss sauber hinten drauflegen kann und schließen kann. Das heißt, das scharfe Patronenlager ist nur so lang, und da würde die Platzpatrone, die natürlich immer noch vielleicht ein Tacken dicker ist als das Geschoss, würde da nicht reinpassen, weil die wiederum ein Stückchen länger ist als die Hülse. Das heißt, wir können tatsächlich auch keine 9mm Platzpatrone mit der scharfen 9mm Pistole verschießen. Allerdings gibt es natürlich Platzpatronen für die scharfen 9mm. Und sowas habe ich auch hier. Ist natürlich auch ein verschossenes Stück. Abgeschlagen. Und so sieht tatsächlich eine Platzpatrone für scharfe 9mm Waffen aus. Wir sehen, wir haben die Patronenhülse in genau demselben Dicke. Wir haben sogar das Geschoss angedeutet, hier aus Plastik in dem Fall. hat den Hintergrund, damit es über die Zuführrampe auch gut transportiert wird. Weil wenn die Hülse einfach abschließen würde und eine Plastikkappe drin wäre, würde das wahrscheinlich beim Zuführen haken, weil die Pistole ist ja so gebaut, dass die mit dem Geschoss über die Zuführrampe aus dem Magazin ins Patronenlager kommt. Deswegen ist das Geschoss hier so leicht angespitzt auch angedeutet, damit die auch zuverlässig zugeführt wird. Und genau so würde dann, wie gesagt, die Platzpatrone im scharfen Kaliber 9mm aussehen. Zweiter Funfact. Diese Patronen sind übrigens erwerbscheinpflichtig. Das heißt, man kann sich keine Platzpatronen für scharfe 9mm Waffen oder für alle anderen Kaliber frei kaufen, auch wenn es nur Platzpatronen sind, weil das Waffenrecht schreibt in Deutschland ganz einfach vor, die Patrone wird von der Erwerbsbeschränkung immer genauso gesehen wie die Waffe. Das heißt, haben wir eine erwerbspflichtige Waffe, haben wir eine erwerbspflichtige Patrone, haben wir eine erwerbscheinfreie Waffe, wie zum Beispiel eine Schreckschusswaffe sind auch die Patronen erwerbscheinfrei oder zum Beispiel im Luftgewehr oder sowas. Und da, wie gesagt, ein 9x19 scharfes Kaliber ist, ein erwerbscheinpflichtiges Kaliber, ist sowohl die scharfe Patrone natürlich als auch die Platzpatrone dafür erwerbscheinpflichtig. Sowas kann man also nicht kaufen. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich sowas mal geschenkt bekommen habe, abgeschossen, wie gesagt, so natürlich als Patrone dann auch frei verkäuflich, als Dekopatrone, als abgefeuerte, ist ja sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes nur noch die leere Hülse. Ich denke, es ist jetzt mehr als klar geworden, dass man keine scharfen 9mm Patronen in einer 9mm Schreckschusspistole verschießen kann und dass es da auch diverse, sehr schwer zu überwindende Hürden gibt, weswegen das nicht klappen würde. Und wir sind uns, denke ich, jetzt auch nach dem Video einig, dass sowas nicht so leicht umzubauen ist. Ist ja auch selbstverständlich. Wenn das so leicht umzubauen wäre, gäbe es diese Schreckschusspistolen gar nicht erst, beziehungsweise man hat ja in den letzten 50 Jahren viel dafür getan, dass sie eben immer schlechter umzubauen sind oder wenn es doch noch irgendwo eine Möglichkeit gab und irgendwo mal eine umgebaute Waffe illegal sichergestellt wurde, dass dann wieder nachgearbeitet wurde, dass auch diese Lückemöglichkeit wieder geschlossen wurde. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es bei allen Schreckschusspistolen immer so war. Es gab sicherlich aus den 70er Jahren oder so mal Schreckschusspistolen. Die waren noch nicht ganz so ausgereift von der Umbausicherheit. Allerdings gab es da das mit dem Kaliber 9mm noch nicht. Wie gesagt, man kann ja auch andere scharfe Kaliber theoretisch in Schreckschusswaffen packen, die auch andere Schreckschusskaliber damals hatten. Ich sage mal, Kaliber 8mm ist unter anderem deswegen verboten worden. Kaliber 22 Lang ist meines Wissens nach deswegen verboten worden. Beim Kaliber 45K weiß ich gar nicht, ob das verboten wurde oder ob einfach nur aufgehört wurde, das zu produzieren, weil es keiner gekauft hat. Also da gäbe es noch alte Sachen. Allerdings viel einfacher ist es auch nicht. Die Grundproblematik bleibt, die Geschosse haben nicht die gleiche Länge. Die Grundproblematik bleibt, das Patronenlager ist kurz, die Laufsperre ist eigentlich immer aus Stahl gewesen, der Lauf immer aus Zinkdruckguss und der Verschluss ist auch immer aus Zinkdruckguss, auch bei den ganz alten Schreckschusspistolen. Insofern, vielleicht würde es etwas einfacher funktionieren. Weniger gefährlich wäre es dadurch aber nicht. Und ich hoffe auch, dass ich jedem, der vielleicht mit dem Gedanken gespielt hat, seine Schreckschusspistole scharf zu machen, aufzubohren, jetzt da ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen konnte. Das ist mir nämlich ein ehrliches Anliegen, weil, wie gesagt, es funktioniert nicht. Erstens mit einmal Lauf durchbohren, Laufsperre rausbohren ist es vorne und hinten nicht getan. Zumal muss man natürlich dazu sagen, ihr müsstet natürlich erstmal an scharfe 9mm Patronen kommen. Das ist zwar wahrscheinlich einfacher, als an eine scharfe Waffe zu kommen, aber auch das, wie gesagt, tut euch den Gefallen. Erstens begeht ihr damit natürlich eine relativ schwere Straftat im Verstoß gegen das Waffengesetz. Damit ist nicht zu spaßen. Aber noch viel wichtiger, wenn ihr das Ding dann probeschießen würdet oder einen Notfall auch irgendwie zur Selbstverteidigung oder sonst was für eine Notsituation abfeuern würdet, stehen die Chancen nicht hoch, dass ihr dabei sterbt oder euch sehr, sehr schwer verletzt, wenn ihr sowas dann abfeuert, selbst wenn man es irgendwie hinbekommen würde. Insofern mein eindringlichster Appell an alle, lasst eure Schreckschusswaffen, wie sie sind. Erfreut euch daran, dass ihr damit Platzpatronen verschießen könnt, dass die Mechanik genauso funktioniert wie bei einer echten Waffe. Aber versucht nicht daran rumzufuschen. Wenn ihr unbedingt mit einer scharfen Waffe schießen wollt, dann geht doch einfach mal in den Schützenverein. Da kann man meistens auch einfach mal Probeschießen. Vielleicht kennt ihr jemanden. Und wenn ihr das wirklich häufiger machen wollt, dann meldet euch doch einfach im Schützenverein an. Weiterhin ist es natürlich so, was auch ein deutlicher Grund dagegen sein sollte, an diesen Waffen rumzumanipulieren. Wenn ihr eine originale Schreckschusspistole habt, wie zum Beispiel dieses Modell hier, die könnt ihr gebraucht immer noch für gutes Geld wieder verkaufen. Der Schreckschussmarkt mit gebrauchten Schreckschusswaffen hat wirklich hohe Preise. Also ich sag mal, wenn man sowas für 130, 150 Euro kauft, kann man es immer bestimmt für 100, 110, 120 Euro noch wieder verkaufen im Zustand. Also habt ihr natürlich auch einen echten Wert, wenn ihr eine originale, unverbastelte, nicht manipulierte Schreckschusspistole habt. Und wenn ihr anfangt, daran rumzufeilen, rumzubohren oder rumzufräsen, dann habt ihr am Ende einfach nur einen Haufen Müll. Ihr könnt die natürlich nicht mehr gebraucht verkaufen, weil euch die natürlich keiner abkauft. Ihr begeht eine Straftat, wenn er sie verkauft. Der Käufer begeht eine Straftat, wenn er sie kauft. Und wie ja jetzt in dem Video hoffentlich eindrücklich dargelegt wurde, habt ihr dann immer noch nicht eine funktionierende oder erst recht nicht eine zuverlässig funktionierende, scharfe 9mm-Pistole, sondern einfach nur eine Selbstmordapparatur, die alles andere als sicher ist. Insofern könnt ihr damit nichts mehr anfangen. 9mm-Patronen scharfe verschießen könnt ihr damit am Ende wahrscheinlich auch nicht. Und am Ende habt ihr einfach nur eine schöne Schreckschusspistole einfach zerstört. Und der Wert, auch der gebrauchtwert der Schreckschusspistole ist hin. Also überlegt euch das. Wenn schon nicht aus dem rechtlichen Grund, dann wenigstens aus dem finanziellen Grund. Ja, zum Schluss nochmal den gleichen Disclaimer wie am Anfang. Macht sowas, auf was ich jetzt heute vorgeführt habe, auf keinen Fall nach. Auf gar keinen Fall mit scharfen Patronen oder auch Platzpatronen in einem anderen Kaliber. Das ist wirklich gefährlich. Da kann viel bei schief gehen. Wie gesagt, ich habe es jetzt wirklich absichtlich mit einer komplett leeren Patrone gemacht. Da kann nichts passieren. Aber seid da auf jeden Fall vorsichtig und immer auf der sicheren Seite. Ja, zu guter Letzt, vielleicht kommt auf meinem Kanal ja irgendwann nochmal ein Video, wo ich mal eine 9mm-Schreckschusspistole mit der scharfen 9mm-Pistole direkt vergleiche. Also ich hätte da durchaus legal die Möglichkeit, euch einige scharfe 9mm-Pistolen hier vorzuführen. Ja, wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auf sowas Bock habt. Ich denke, die technischen Unterschiede sind in dem Video schon ganz gut erklärt worden. Hoffentlich auch nachvollziehbar erklärt worden. Allerdings ist es ja vielleicht nochmal schön, mal den direkten Vergleich zwischen den beiden 9mm-Pistolen auch zu sehen und nicht nur den Unterschied mit der Munition. Wie gesagt, wenn ihr euch da Bock drauf habt auf so ein Video, dann schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr auch weiterhin alle Arten von Videos und Reviews zu freien Waffen sehen wollt, wie zum Beispiel natürlich auch Schreckschusswaffen, dann abonniert gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.